Hinterm Holzstapel, in der Halle. Er rennt hinten raus. Er ist hinter der Halle nach links gelaufen. Der erste rote Blech aus links, hinter der Stahlwand ist er. Okay. Er schießt. Ich sehe ihn nicht. Da geht gerade einer auf den Zug, von den Woodlocks oben, von Fuckboy, geht der runter, die Rampe zum blauen Tinbäude. Okay, okay. Gave oder was? Nee, sah aus wie ein Spieler auch. Ich gehe hier mal runter zu den Stein. Er ist jetzt angeschossen. Ja. Links beim Stein, links beim Stein. Hast du ihn getroffen? Nein. Wo, wo, wo welchen Stein? Links beim Stein, links beim Stein. Down. Einer ist tot, da ist noch einer. Ich meine, der wäre auch gedroppt. Hier vor, langsam. Aber der Sniper ist noch irgendwo vorsichtig. Weißt du, wo der war? Ja, ich sehe. Weißt du, wo der war? Warte. Ich sehe zwei Tote. Push 4 jetzt. Ja. Boah, bitte jetzt nicht scaffen. Links ist ein Scaff irgendwo. Bist du da? Am Stein? Nein, nein, nein. Recht, recht, recht! Alter. Wo ist der Fack, Scaff? Recht rum, ich flusche recht rum. Geh den Scaff jetzt! Da ist einer tot, da ist einer tot. Ich komme jetzt recht rum. In dem hier. Scaff ist tot. Der eine ist auch tot. Hier sind so viele Tote, ne? Hier sind so viele Tote, ne? Irgendwo ist noch ein Sniper. Der ist weiter hinten, Ingo. Richtung Schelz. Lass mal hier abhauen. Zurück. Warte, hier liegen zu viele. Ich lass den mit der Pistole jetzt hier nicht looten. Ne, ich bleib hier. Der muss irgendwann hierher kommen. Ich sehe einen... Ist das der? Fack. Der ist jetzt hinter der roten Halle. Bei den Zirkus-Container-Dingern, Anhängern. Ok. Der Pistol-Typ? Ne, ich glaube der hat eine Rifle. Rechts, irgendwo! Im Gebüsch, rechts, vorsichtig! Ich sehe nichts. Oder das war dein Step, ich weiß es nicht. Ich geh mal gucken. Ok, was? Ok, wo ist? Ok, wo ist? Ich hab'n, ich hab'n. Der hat mich aber gut schrauben. Oh, ich hab'n. Ich wusste, ob der ist hier ein Gebüsch. Ich hab'n ja gehört. Ich hasse den Felsen. Wollen wir hier weg, bitte? Irgendwie stirbt immer einer von uns hier weg, wenn wir hier spawnen. Wollen wir die Mauer pushen oder wollen wir in der anderen Richtung? Wir kommen dann pushen hier gegen Ich möchte hier nicht auf den Felden bleiben Das ist so, jeder der da lang kommt kommt da erstmal rüber Ok, hier lang gehen Links von dir Ich geh ein bisschen durch die Bäume, du gehst dann ganz links rum Das sind zwei An dem Auer, an der Mauer Ich bin tot Skra, Leute Zwei habe ich gesehen announcing Ich habe es Ich habe es zeigen Ich habe es Jochen Ich habe es Ich habe es Wie viel hast du von denen? Zwei, bestimmt zwei. Ist das ein mehr oder? Watt, 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 ja. Vierer, Fünfer, vierer. Schau, was du rauskommst. Watt, watt, warte. Watt, 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 watt! Watt, 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 watt! Watt, 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 watt! Watt, watt, watt! Auto snapped. Rucksack, Rucksack. Und jede Menge Shit. Boah, ich will damit raus, ey. Ja, ich bin gerade um die Ecke hier rüber, bin in einem Loch. Liegt da einer? Bin jetzt bei der Treppe. Ok, das bin ich. Ok. Hä? Haben Sie sich verpilzt oder was? Oh! Wo, wo, wo? Wie schaust du? Keine Ahnung. Ich glaube rechts drin. Ich hab ihn, ich hab ihn. 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 Ich hab ihn hier nicht helfen von hier. Ja, ich bin selb. Ich bin selb. Ich bin selb. Ok, ok, ok. Oh Gott, da kommt einer durch die Treppe hoch. Ok. Wo bist du genau? In nem Raum gegenüber. Ok. Zeig dich mal kurz. Ok, ok. Einer ist rechts von uns und der andere ist links am Dach. Der hat Granate. Ich geh in Deckung. Oh Gott. Oh Gott. Haha, Granaten, Alter. The Butt Clunch is real. Ok, also ich hab jetzt die Treppe im Auge. Ich hab hinter uns... Ich kann da direkt neben der, neben der Treppe... ...auf dem Bokonrohr. Aha. Was guck ich mir doch mal an? Achja. Alles klar. Verstehe ich eigentlich wieder drüber. Can't fucking do! Steppst du rum? Rück gelaufen? Nee. Nein. Unter uns. Skybridge durch. Ich guck so'n bisschen. Okay, ich hab einen richtig gebummt. Aber so richtig, Alter. Ah, in nem Gang oder wo? Boah, ich will so dringend drüber, ne? Den looten. Nicht, dass der schon wieder leergeräumt wird. Ich glaub, dass unter uns die Treppe gekämpft wird irgendwo. Auch hier? Ja, ja. Irgendwo unter uns ist einer. 100 pro. Ich seh'n. Er ist am Ende des Ganges. Gib' ihm, gib' ihm. Ist er weg? Nee, er lebt noch. Er ist hinterm Holzding. Fuck. Mein Check. Also, auf dem anderen Dach liegt einer tot. Und... Wie der steht einfach. Alter, stand hinter dem Kasten. Du hast mir einen Gefallen. Hm? Kommst du mit mir rüber? Wo? Hin? Ja, aufs Dach. Andere Dach. Aber wenn man nicht den Typen da noch ficken jetzt. Warte. Ich hab das Gefühl, das ist wie das letzte Mal. Der wird jetzt da ausgeräumt. Irgendwo jetzt? Ja, dann lass... Ich pushe jetzt so. Ja, ich weiß nicht. Boah, der Leck ist schwierig, ne? Oh ja. Aber jetzt richtig Kniegas. Und der hat immer geflickt, ey. Direkt links, runter und treppe rot. Der Stahl ist nach links. Oh, ja, ich... Ne, ich geh' innen. Ich hab' den, glaub' ich, auf der Stahltreppe gehört. Ich pushe jetzt einfach durch innen aufs Dach hoch. Ich bin Stahl. Bist du draußen, oder bist du hinter mir? Ja, in der Stahltreppe geh' ich durch. Okay, okay, ich geh' die innere Treppe hoch. Dach ist sauber. Komm, durch die Tür. Andere Dach weiß ich nicht, was da los ist. Da liegt der Typ. Da liegt ein Typ. Boah. Was, liegt bei dir vorne auch einer? Ja, ja, ja. Hier liegt auch einer. Vollgeert? Äh, der wurde schon leer geräumt. Aber er hat noch Tricep und so. Äh... Ja, dem klau' ich jetzt sofort hier. Der hat wahrscheinlich zwei Waffen, oder? Ja, ein AKM. Standard. Ich guck mal, was der im Rücken hat. AKM... Da, wo wir vorher... Waren unten. Gegenüber. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Er ist tot, er ist tot. Das war der Boy, das war der... Ja, das war der auch. Das war deretzt! Also... nuestra Stabilität!